Ich kann nicht erkennen, wer es ist. Ein Silberner! Coltart! Coltart draußen! Nase kaputt, Auto fährt noch. Oh Gott, der ist aus dem Rennen für die Taktik, außer natürlich, er lässt sich zurückfallen für ein weiteres taktisches Spielchen, was natürlich dann unter Unfair geht. Was macht er denn? Kommt über den Rand. Das ist der Zonta-Unfall in wenig Schlimmen. Genau wie der Zonta, ist links über den Rand gekommen, nicht aufgepasst, schlicht und einfach, wäre nicht nötig gewesen. Das Auto ist aber Kromdor. Ja, das kann er vergessen, das kann er abstellen. Also damit nochmal rauszufahren, das ist ganz schön riskant. Das war ein Highspeed-Unfall, der glimpflich abgegangen ist. Jetzt Coltart in der Box. Also identisch, die Spur habt ihr gleich gesehen. Ja, 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 exakt. Das war auch der Spur von Zonta. Abziehbild. Der Stern ist noch dran an der Nase, aber mehr auch nicht. Aber er hat seitlich angeschlagen mit der Aufmerkung. Das heißt, ich habe kein gutes Gefühl, wenn der wieder rausfährt. Schauen wir mal, wo Coltart zu liegen kommt. Eine Runde hat er verloren, aber er kommt vor Irvine raus. Das ist Irvine und vor ihm Herbert.